Ja, ich bin Küchenchef im Hotel Bergland, aber wichtig ist, ich bin Teil des Teams. Also ganz wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten. Ja, im Bergland fällt es mir richtig gut. Ich bin eben kurz da, seit fünf, sechs Monaten erst, aber ich bin gut aufgenommen worden und ja, wir haben Spaß. Das ist unser Benefit sein, man kann gratis Frühstücken gehen, jeden Tag, auch wenn man frei hat, kann man gerne zu uns kommen, dann Mittagessen, das Gleiche, man kriegt eine ausgewogene Küche. Und was halt spannend ist, hier im Hotel Bergland, dass wir sowohl einheimische, aber auch internationale Mitarbeiter haben. Also als Team, wir schauen viel, dass wir zusammen einen Fitnessraum benutzen hier im Hotel, das ist auch so ein Benefit, was wir haben. Wir gehen Skifahren zusammen, wenn wir frei haben und man geht auch gerne am Abend, dann trinken wir alle zusammen und das finde ich gut. Man hat einmal zu gelacht, da kommt ein bisschen zusammen, da kommt man ins Reden rein. Es ist ein wunderbarer Beruf. Die Optionen, was ja dieser Beruf gibt, ist einzigartig. Essen gegessen wird auf der ganzen Welt. Ich kann eigentlich in Österreich, wenn ich ausgebildet bin, auf der ganzen Welt arbeiten. Ich habe ein relativ hohes Know-how, ein fachliches Know-how. Nach der Lehrzeit sollte man eigentlich ein bisschen in die Welt rausgehen. Da ist unser Job natürlich ein wundvolles Ulta. Man kann überall hin. Man ist selber viel unterwegs. Frankreich, Spanien, in ganz Tirol eigentlich nicht bestens heiß unterwegs gewesen. In der Patisserie kann man mehr oder weniger eigentlich auch mit alles arbeiten, außer Fisch und Fleisch, aber mit Gemüse und jede Art von Früchten, von die Exoten bis einheimischen Früchten. Ich bringe meine Ideen ein, vor allem in der Menügestaltung, Dienstplan, Mitarbeiterführung, dann die Gerichtegestaltung, neue Ideen, was ich so vor den Jahren gesammelt habe. Das ist schön auch in Bergland ist die flache Hierarchie, einfach das Zusammenarbeiten untereinander. Und das finde ich ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Zusammenarbeit, der Teamspirit und da kann man gemeinsam was erreichen. Für mich steht Bergland für Spaß, Teamspirit, Freundlichkeit. Im Bergland taugt man gut, dass ich Beruf und Freizeit gut verbinden kann. Also wir sind nicht nur ein Küchenteam, sondern ein richtiges Team. Wir helfen sehr viel zusammen. Von der Führung von Chefetage her und vom ganzen Kader, das ganze Gesamtpaket und auch die Küche selber hat mir am besten gefallen. Das ist eine moderne Küche mit modernen Geräten. Es ist jetzt nicht das Problem, wenn man ein Gerät dazukaufen will. Mir gefällt es richtig gut, in Bergland zu arbeiten. Bis zum nächsten Mal.